Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blacktale. Wir prügeln uns hier immer noch durch das Gnolldorf und irgendwo da ist ein Wimmerner Gefangener. Deswegen ist mein Vorschlag auch, dass wir, bevor wir da jetzt weitergehen und uns da weiter unbeliebt machen, wir einfach mal hier reinschauen. Ob wir den Gefangenen nicht finden, das wäre natürlich ein Träumchen. So, gerade mal eben das Mikro ein bisschen umpositioniert. Weiter geht's. Irgendjemand wimmert hier. Hunky. Oh, das ist ein Zauberer, ne? Oh, das ist Stroh. Oh! 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 Ist aber ein cooler Zauber, den er da wirkt, wo quasi diese kleinen Skelette da aus dem Boden geschossen kommen. Alter, hab ich mich erschrocken. Ah! Wow! Too late. How dare you disturb my tribe, slaughter my poor nose. Oh, you, you're that pale-skinned leader. Well, of course you are. Did the jealous Mushroom send you to kill me? Again? Not that bullflesh. I'm not here to hurt you. I'm just looking for... No, Sunny. You're not guessing any. It is needed for Charle McZed, the highest goal. You there! Please! Help! They did already! I can't! Oh, now I see. You're here for the prince. For Maluba, my sweet, juicy raisin. He appeared out of nowhere, covered in dirt and roots. Started yelling slurs at me. He tried to talk me into doing weird things, but I knew he'll have a change of heart. And he had. True love always finds a way. You're never taking my prince charming away from me. Wait a second. A prince? I was talking about a bubberk, not a... I won't let you disturb him. He's mine. When he's done soaking in sauce, he'll be free of that awful, bitter, root flavour. And her mouth can be consumed, idiot. You don't mean it literally, do you? She does. Oh. I can't let you... eat him. Let me? You? I bet you're not so hard without that little beau of yours. She's not wrong. Prepare to meet your maker, human girl. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geh me out of my misery! Flee! You'll suffer as long as it is necessary for you to be gone! And you, girl, how dare you disturb the bath of a prince! My dearest lady will be joining me soon. Um, aren't you being boiled? What nonsense! My dearest bride has had the tub filled with essential oils. I can't take it anymore! I beg you, end me! Don't you dare touch me! This whole hunky character is ridiculous, and his agony is well deserved. Please! I've had it now! Oh, it hurts so much! There's no hope for me! Kill me! Silence, maggot! For I will have you whipped right after the bath! And I may just enjoy that. The root's filth spreads farther every minute. Another life broken. Mushroom told me to bring him back. I would say we need him with, or? You're coming with me, hunky. But I asked you... It'd be better, if you... Keep your dirty hands off me! My fiance awaits. Where are you taking me? Someone needs to see you. Let's get out of here. It seems we've overstayed our welcome. Und die stehen alle rum und gucken zu. Schön. Ja, ja gut, wir gehen da mal. War sehr schön bei euch. Ich muss los. Das ist nur die Frage, wo geht's denn hier raus? Da geht's nur übers Wasser. Wir können uns da rüber schießen. Aber ich würde sagen, wir gehen noch nicht. Denn wir waren ja auch noch gar nicht fertig, ne? Das war's. Was ist hier? Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen bestimmt ein bisschen Klimperkram. Hier, das nimm mal mit. Federn gehen immer. Oh, ist ja auch übel, dass du mit dem Lebenssauger auch die Vögel vom Himmel holen kannst. Ach, Knapp daneben ist auch vorbei. Oh, deine Reichweite. Glauben sie ja gar nicht. Oh, das ist ja gar nicht. Da oben ist auch wieder der Zauberer. Okay, das hat hier scheinbar alles zurückgesetzt. Wir schleichen uns einfach hier durch. Oh, das ist ja gar nicht. Ach, die können hier nicht rein oder was? Oh, ich hab's ja früh gefreut. Oh, ich hab's ja früh gefreut. Hier geht's ganz schön rund. Mensch, ich wollte mich doch nur schnell flicks hier durchschleichen. Oh, ich hab's ja früh gefreut. Ach, das ist ja geil, die runde Tafel. Ah, die haben sich schon was einfallen lassen, die Entwickler. Richtig schön. So, das heißt, da oben waren wir. Das heißt, wir haben hier tatsächlich noch das Tor. Hier können wir noch mal reingucken. Boah, die haben aber auch viel Honig, ne? Okay. Dann öffnen wir mal das Tor. Oh, krass. Die raten ja Honig ohne Ende. Oh, krass. 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 Hä, wo ist er hin? Ach, die Respawn mit der Zeit, ah ja, hier. Ach, die Respawn mit der Zeit, ah ja, hier. Ach, die Respawn mit der Zeit, ah ja, hier. Ach, die Respawn mit der Zeit, ah ja, hier. Ach, hier waren wir schon mal, ne? Hier waren wir schon mal. Ah, dann kommt man nämlich hier vorne raus. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal kurz gucken. Wir müssen zum roten Teleport, ah ja. Okay. 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 Lass mich nochmal schnell schauen, wir sollten ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ah ja, so kannst du das Reh richtig zügig um die Ecke bringen. Nice. Nice. Ich glaube, wir haben alle abgehängt. Und der Orangene hilft uns aber eigentlich auch nicht weiter, der bringt uns nach da oben. Wobei, wenn wir den Flux nehmen, ist der hier? Ich glaube, der ist hier, ne? Ach, schau mal an, der will noch befreit werden. Sommer. Was geht bei dem? Dann können wir nämlich hier schnell rüber zum Gelben und der Gelbe bringt uns hier hin. Und von da aus flitzen wir zum roten, denn wir wollen ja zum Spinner. Rebell ist klar, aber wo ist der Spinner derzeit? Ist der hier oben noch in seiner Höhle? Sieht nämlich nicht danach aus, als wäre er da. Aber gut, wir können ja mal schauen. Wir latschen da einfach mal hin. Bowie, Rebell, Ritter, Spinner, Spion. Also wird das wohl schon sein, dass er da ist? Gut, dann wissen wir, wo wir uns nächste Folge treffen werden. Ach, schau mal an. Ist ja nicht wahr. So machen wir's. Dann würde ich sagen, genießt die Zeit, bleibt mir gesund und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.